Friedrich Nietzsche, Überzwecke. Durch die Zwecke wird das Leben ganz unsinnig und unwahr. Man arbeitet, um sich zu nähren. Man nährt sich, um zu leben. Man lebt, um Kinder oder Werke zu hinterlassen. Und diese ebenso und so weiter und so weiter und zuletzt Saltomortale. Vielmehr ist im Arbeiten, Essen und so weiter immer auch das Ende da. Mit dem Zweck knüpfen wir zwei Enden aneinander. Ich esse, um zu essen und um zu leben. Das heißt, um wieder zu essen. Die Handlung will wiederholt werden, weil sie angenehm ist. Das Angenehme ist das Ende. Sind die Pflanzen da, um von den Tieren verspeist zu werden? Es gibt keinen Zweck. Wir täuschen uns. Ich tauche die Feder ein um.